Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über homogene Differentialgleichung erster Ordnung. Wir wollen uns die Differentialgleichung y' ist gleich f mal y anschauen und uns als erstes mit dem Problem befassen, wie man denn so eine Differentialgleichung ganz allgemein lösen kann. Die Methode, die dazu verwendet wird, heißt Trennung der Variablen. Das heißt, man möchte alle y-Therme auf eine Seite des Gleichheitszeichen bringen und alle x-Therme auf eine Seite des Gleichheitszeichen. Dazu dividieren wir dieses y von x auf die andere Seite und erhalten y' von x durch y von x ist gleich f von x. Es hat sich eingebürgert, dass man ein bisschen schreibfaul ist und bei dem y dieses von x weglässt. Dadurch sieht man auch schöner, dass man tatsächlich Variablen trennt, denn auf dieser Seite steht jetzt wirklich nur noch y und auf dieser Seite steht wirklich nur noch x. Man darf natürlich nie vergessen, dass dieses y von x abhängig ist, deshalb werde ich das jetzt auch in weiterer Folge so schreiben. Nachdem wir die Variablen getrennt haben, können wir beide Seiten getrennt voneinander integrieren. Beide Seiten natürlich nach x integrieren, da beide Seiten von x abhängig sind. Das Integral y' von x durch y von x sollte man sich merken, wenn man es nicht sowieso schon weiß. Das ist nämlich der Logarithmus von y. Also Logarithmus abgeleitet ist immer 1 durch mal innere Ableitung. Hier haben wir genau 1 durch y mal innere Ableitung, also y'. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich dieses f von x integrieren. Da das f von x jetzt nicht gegeben ist, können wir sozusagen nur mit der allgemeinen Stammfunktion von f mal weiter rechnen. Insofern haben wir jetzt der ln von y ist gleich die allgemeine Stammfunktion. Und um die ganze Gleichung nach y aufzulösen, können wir auf beide Seiten die e-Funktion anwenden. Damit haben wir dann hier e hoch ln von y ist genau y. ist gleich dann eben e hoch Integral von irgendeinem A bis x, f von t dt plus irgendeine Konstante k, die man beim Integrieren so rausbekommt. Und diese Konstante k kann man jetzt noch rausziehen. Also wir haben e hoch irgendwas plus irgendwas, ist e hoch das eine mal e hoch das andere. Das heißt, wir ziehen dieses e hoch k einfach hier als Konstante c heraus. und erhalten somit als Lösung für unsere Differentialgleichung c mal e hoch Integral von a bis x, f von t dt. Das bringt uns direkt zum zweiten Problem, nämlich der Frage, wie können wir denn überprüfen, ob das jetzt wirklich auch eine Lösung ist, die wir da gefunden haben. Das ist allerdings ganz einfach. Wenn wir überprüfen wollen, ob eine gefundene Funktion Lösung unserer Differentialgleichung ist, was machen wir dann? Naja, wir testen, ob diese Funktion die Differentialgleichung auch wirklich erfüllt. Wir haben jetzt y ist gleich c mal e hoch Integral. Das heißt, wir möchten ausrechnen, naja, was ist denn y' und was ist denn f von x mal y? Fangen wir mit y' an. Das heißt, wir wollen unseren Term nach x ableiten. Nach x ableiten bedeutet natürlich bei der e-Funktion, die e-Funktion bleibt stehen, mal die innere Ableitung. Wir haben schon gesagt, hier oben ist eine Stammfunktion von f von x. Das heißt natürlich, die Ableitung davon ist wieder f von x. Das heißt, wir bekommen hier c mal e hoch Integral mal f von x. Und ja, f von x mal y können wir auch ganz einfach ausrechnen. Das heißt, wir müssen unsere Lösung mit f von x multiplizieren und bekommen eben f von x mal c mal e hoch Integral. Wir sehen jetzt hier, beide Seiten sind gleich, natürlich bis auf die Reihenfolge. Insofern ist unsere Funktion tatsächlich eine Lösung der Differentialgleichung. So viel zum allgemeinen Fall. Ich werde noch mindestens ein Video mit einem praktischen Beispiel machen und würde empfehlen, dass man, nachdem man sich das praktische Beispiel angeschaut hat, sich am besten die Theorie nochmal anschaut, denn es ist schon sehr schwierig, ohne jetzt wirklich gegebene x-Werte, das auf Anhieb zu verstehen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch weitergeholfen und euch gefallen. Vielen Dank.